Hey Leute, wir gucken gerade, wie die kleine Schnecke hier rauskommt. Genau, wie die kleine Schnecke da rauskommt. Kommst du mal raus? Und ja. Wieso hat die irgendwo, war die jetzt in Trockenroh? Also da kommt sie raus gerade. Also wir würden sie jetzt mal auf den Tisch packen. Warte, da nochmal hier. Da ist die und da ist die. Und jetzt packt sie auf den Tisch. Jetzt kann die auf den Tisch gepackt werden. Hier? Da auf den Tisch. Hier. So, da. Also da ist die kleine Schnecke. Ja, da. Hi Süße. Gary, Gary, Gary die Schnecke. Und nochmal Gary die Schnecke. Hey. Hey, ich seh sie gar nicht. Du bist ein bisschen näher. Das ist da ihr Terrarium. Da ist also Gary. Oh, sie bewegt sich nach vorne. Da, also. Ihre Fühler sind halt die Augen und die hat sich gerade wehgetan. Guck mal auf mein Handy, wie das aussieht. Ja, das sieht voll cool aus. Er nimmt sie jetzt. Pack sie mal wieder rein. Also er packt sie jetzt wieder rein. Dann können wir sie sehen, wie sie da drin ist. Hat Markus mein Handy. Okay. Buch. Also erklär mal, wo die anderen Babyschnecken unsere sind. Die Babyschnecken sind, ich hatte mal vorher die Schnecken. Das hattet ihr, glaube ich, mal an einem Fücher von mir gesehen. Aber die sind jetzt alle gestorben. Und, äh, was macht ihr bitteschön mit dir? Was? Einfach nochmal bei Zwiebeln? Nö. Ich mach keine Zwiebeln. Äh, Emily hat halt jetzt gestoppt. Also halt. Und deswegen guckt sie bei mir. Ja, also ich habe jetzt mein Video beendet. Ja. Und kommt gerne auf meinen Kanal. Emily zockt. Ja. Ähm, okay. Das war's mit dem Video, Leute. Tschüss. Tschüss.